ja moin herzlich willkommen zum neuen video. ich bin wie deine drauf. doch du bist drauf. siehst drauf oder? ja wir fliegen heute nach new york und wollen jetzt euch mal ein bisschen mitnehmen. jetzt werden wir hier gleich von six ride abgeholt. das haben wir einfach mal getestet, gebucht mit der amex platimum. wir verlinken euch das mal unten in die video beschreibung. könnt ihr mal reingucken. ansonsten wünschen wir euch jetzt viel spaß mit dem video und wir sehen uns im auto, würde ich sagen, als nächstes. oder? oder im flughafen. wir gucken mal was der steven, der uns abholt, sagt. ob er bock hat mit ins video zu kommen oder nicht. also bis später. so so Untertitelung. BR 2018 Dann viel Spaß aus Frankfurt und ja, bleibt gesund. Vielen Dank. Vielen Dank. So, unser erstes Blubberwasser haben wir getrunken. Wir haben uns auch wohl verdient gehabt. Ja doch, nach dem Stress, aber das erzählen wir euch später nochmal in Ruhe. War alles sehr hektisch heute Morgen. Aber jetzt geht es erstmal zum Gate und dann steigen wir mal ein und fliegen nach München. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Gucken wir, was heute noch alles schief geht. Wir sind motiviert, oder? Wir sind motiviert. Wir sind total motiviert. Voll motiviert. Also, ab geht's. Hey, die Irene ist ganz schön faul. Die nutzt nämlich immer hier diese komischen Laufrolltreppen. Die Irene hat ja auch kleinere Beinchen. Das stimmt. Und vor allem sind wir jetzt schon zu weit. Das ist nämlich Gate A22. Ja, du passt halt auch nicht auf. Jetzt müssen wir wieder zurück. Das ist ein Spaß. Super. So, jetzt sind wir hier auf am richtigen Gate. Sieht man uns eigentlich gut, ich weiß gar nicht. Ich glaube schon. Na ja. Jo. Was war heute? Wir sind heute Morgen noch zum PCR-Test, beziehungsweise zu einem normalen Test gegangen, weil der für die USA vorgeschrieben ist. Eigentlich ja auch mit der Passnummer, was dann auch extra kostet. Also, das ist dann wohl der Unterschied zum Bürgertest. Die haben das komplett verkackt heute Morgen. Ja. Dann die Fahrt hierher, die war cool. Mit 6Ride, der Steven, der war ein sehr lockerer Typ. Hat voll Spaß gemacht mit ihm. Dann waren wir hier angekommen und blöderweise waren die Tickets noch nicht da, weil wir einen Premiumflug haben mit Meils & Moor, also mit Meilen gebucht. Und der Flug wurde von einem Direktflug Frankfurt nach New York umgebucht über München. Und deswegen hatten die die Tickets nicht. Also, da war dann auch nochmal ein bisschen Toa Boa Boa. Aber ja, mein Gott. Jetzt passt alles. Jetzt sitzen wir hier am Gate und warten, dass es weitergeht. Ja. Und München ist übrigens nur ein 55-Minuten-Flug. Und danach geht es dann weiter nach New York, wo wir dann abends ankommen. Und ja, das wird aber dann ein separates Video werden. Also, schauen wir uns mal an. A320 in der Business Class. Viel Spaß! Ein Sturikaner Auto Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, das war unser kürzer Flug nach München. Ja, war cool. War ruhig. Ohne Probleme. Irene hat aber ein bisschen gelitten. Aber sie leidet ja leider immer. Es ging ja warm. Nein, es ging. Es war okay. Ja, das war unser Flug nach München. Ich hätte fast schon New York gesagt. Jetzt geht es weiter nach New York. Aber das ist ein anderes Video. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Es war ein kurzer Flug. Aber trotzdem hat es Spaß gemacht für uns. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Adios. Und zum nächsten Video geht es hier. Und zum nächsten Mal.